Mi o o o o o pen es hat euch gefallen Und David herzlich willkommen zu einer Runde Endergames Heute gimme ihm hart mit Twobys Ungeheuer-Kit Ich spiel eine Runde Morpher, was ich mir gerade eben erst geholt hab, ich hab keine Ahnung, wie gut dieses Kit ist, was alles cooles kann. Ich bin mal gespannt, was du so für Kits bekommst, die Runde. Wahrscheinlich keines einziges, weil ich gleich am Anfang sterben. Oder du kriegst irgendwie nur so, keine Ahnung, voll die Lowkits, Bogenschütze und so. Ich hab gerade mit dem Bogenschütze eine Runde gewonnen. Ja, trotzdem. Aber das ist ja voll langweilig, wenn du das bekommst. Ja, bestimmt. Das ist geil, wenn du irgendwie so einen Techniker bekommst. Ja. Aber halt den ausgerüsteten Techniker. Ja, klar. Es geht auf alle Fälle schon wieder runter los hier. Fossil Donner und so. Bedeutet das, dass jemand gekillt wird? Ja. Oh, nice. Diese Features. Komm, wir HD. Jetzt hab ich Sonic. LOL. Was hast du? Sonic. Oh, nice. Das ist schon lustig, oder? Oh, ich wurde gerade, glaube ich, im richtigen Moment geportet, weil... Hey, küsst dich. Oh, jetzt hab ich Bogenschütze. Ja. Shit. Schieß mal den Typ da neben dir ab, Alter. Ich hab keinen Bogen! Lappen mit Bogenschütze, keinen Bogen. Ja. Ja. Komm schon. Mein Aim ist noch nicht on point. Meins aber auch nicht gerade. Ah, ich will wieder ein anderes Kit. Oh, was? Das Aim. Oh, nochmal. Oh, im Wasser. Chance vertan. Jetzt bin ich Holzfäller. Ja, super. Ist das auch ein... Oh, mehr. Also, ich möchte anmelden, das Kit ist an sich echt geil. Du hast nämlich einen echten Haufen Abwechslung. Ey! Oh mein Gott, dieser Killsteel von dem Typen gerade. Oh, da könnte ich ausrasten. Ohne Witz. Ich hab den drei-, viermal getroffen. Aus einer heftigen Entfernung. Und der macht den Killsteel. Lol. Das ist ja ein Schneemann da oben gewesen gerade. Was ist denn das für ein Kit mit Schneemann? Alter, wie sowas aufregt. Krass, Mann. Jetzt bin ich Schneegolem. Ja, das, äh... Das war das Ding hier gerade. Warte, 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 was, warte, was kann Schneegolem? Dass ich jetzt Schneemann verwandle. Und in der Wüste macht das auch besonders viel Sinn. Ich hab... Und ich hinterlasse eine Schneespur, wo ich dann Schnee oder Schneewelle von abbauen kann, ne? Wow. Schneewelle, das ist schon geil. Oh, Leute, ich bin tot. Oh, schade. Oh, hä, da guckst du einmal nicht hin, wenn sie getötet. Scheiß. Aber es ist... Ey, meine Fresse, das ist voll abwechslungsreich, wenn du, äh, so ein Kit spielst. Mhm. Du, du kannst dich halt auf keins einstellen, aber... Vor allem, du musst erstmal alle kennenlernen, irgendwie so ein bisschen, ne? So, so, Moment. Was kann ich denn jetzt überhaupt? Nö. Stimmt jetzt nicht mal. Muss das eigentlich ganz witzig. Nö. Oh, ne Witz, verpiss dich. Du brauchst da jetzt keine Barriere, aber das nutze ich gar nicht. So. Oh, was ist der Typen, Alter? Ich guck mal was. Ich guck mal was. Mit dem Typen einfach gedacht. Alter, was schmeißt du denn meine ganzen Pfeile weg? Muss ich mal was zum Ding raus machen. So. Jetzt muss ich immer noch was reißen hier. Nach diesem dreckigen Killsteam vorher. Ja. Kann ich mal ein bisschen russisch machen. Ähm. Oh, fuck. Nein. 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 Oh, du bist du lupst, du lupst, du lupst. Ja, so gut wie hier. Ja, so gut wie hier. Ja, so gut wie hier. Der muss fett. Schade. Ich hasse es, scheiße. lasst ein like da wenn es euch gefallen hat aber nicht vergessen und immer fleißig kommentare schreiben zum beispiel tobi ist ein spaß dsd lasst doch mal so einen netten commi da und schreiben wie euch das letzte video gefallen hat also sollen wir öfters so sollen wir öfter mal irgendwelche aktuellen youtube themen besprechen oder unsere money sozusagen oder sagt ihr so ist doch bei mir kurz erlasst das oder schlag was vor brauchen eine aktive community wir sind jetzt 70 abonnenten wo sind die 70 abonnenten frage ich mich wo sind die 70 leute schreibt doch mal einen kommentar sonst denken wir niemals da und jack und kirito haben einfach nur 60 mal aktualisiert um diese füge zu bekommen wenn es nicht so ist müsst ihr uns vom gegenteil überzeugen also schreibt einen kommentar dann wissen wir bescheid ihr seid die besten leute ich habe immer nur das blöden dass ich glaube die ganzen leute nicht das video ist im ende gucken ja das stimmt unsere watchtimes im arsch aber genau weil ich nie ins watchtime ja es wird die karte wieder so behindert